Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von WOTR. Heute sind wir mit unseren Bumse-Bienchen und Bulko zusammen unterwegs. Das Ganze auf der Karte Berg-Spaß und Berg-Pass. Und ich würde sagen, Ihr Team ist besser aufgestellt wie das gegnerische Team. Sie haben sich auf alle Fälle schon wieder lieb, unser Bulko und unser Bumse-Bienchen. Die kuscheln gern. Ja, geben Sie es auch gerne mal von hinten. So, so vorne fällt der Fälle in den Süden. Also, ich liebe ja den Skoda T25. Weil er sich da ein bisschen, also so habe ich eigentlich das Auto-Loader-Fahren versucht zu erlernen. Schöne Position hier, die er sich da rausgesucht hat. So, da war schon mal das ganze Magazin in den Tritt. Zwei mal nur kritischen Treffer. Eieieieiei. Und wieder ein Magazin reingepumpt. Und die Hellcat tut ihm sogar nach dem Gefallen und macht Platz, damit er wieder durchschießen kann. Weil ihm die Fragschweck... So, da war die Hellcat-Geschichte. Oh. Unser Bulko frisst hier ganz schön. So, da war unser Bulko-Geschichte. Da könnte er auch für unsere Bumse-Bienchen nicht mehr viel machen. Aber er hat wenigstens unseren Bulko rächen können. So. Er hat auch noch keine gute Crew drauf. Und er hat ihn noch angezündet. Und er hat ihn noch angezündet. Und er hat ihn noch angezündet. Er läuft in dem Spiel. So, jetzt müssen sie wieder zurück. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der sehr hoch istables. Der war das auch bis rein. So. Die Kette wurde geraten, sie kann jeden Moment reißen. Geht erst mal wieder ein Reboot. Keine Leistung mehr. Rechtschüsse ausgefallen, wir feuern blind. Tiger einschießt also auch von direkt. Jetzt sind schon zwei Mann im Cap. Sieht nicht gut aus. Jetzt kommt noch der Tiger von hinten. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, und da haben sie es leider verloren. So, kommen wir nochmal zu den Gefechtsergebnissen. Das war für unser Bumsebienchen auf seinem Skoda T25 auf Bergpass. Die Panzerassrunde. Kämpfer. Brandstifter. Dueland. Wirkungsfeuer. Schläger. Und die Nikols Medaille zerstören sie mit einem mittleren Panzer. Mindestens vier gegnerische Panzer oder Jagdpanzer. Okay. Nicht schlecht gemacht. Muss man sagen. 3.262 Schaden gemacht. 79 ermöglicht. 5 Kills. Leider eben verloren, weil sie die Basis einnehmen konnten. Unser Bulgur hat nicht ganz so viel machen können. 647. Aber, wie schon gesagt, mal ist man König, mal ist man Battler. 45.000 plus. 30 Anleihen. Das Ganze in 6 Minuten 41 Sekunden. 300 Schaden sogar noch abgewehrt. Das mit dem Skoda ist nicht schlecht. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal.